Der nächste Morgen könnte noch eine Wende für Wendy bringen, denkt sich die Stripperin, nimmt die Chance aber nicht wahr, sich beim Zubereiten des Frühstücks ins Zeug zu legen, sondern überlässt diese Arbeit Uli und Bambi. Ich musste in der Nacht nochmal hoch, weil ich gedacht habe, oder es war ein ziemlich Tiereschlager und sowas, weil ich gedacht habe, im Haus ist noch was los und gucke, man weiß ja nie, was nach so einer Entscheidung passiert, ob jemand Richtung Richard oder sowas unterwegs ist, aber ich habe dann niemanden im Haus gefunden und dann bin ich dann auch wieder zum Schlafen. Wendy hat wenig geschlafen, versucht trotzdem gute Miene zum bösen Spiel zu machen, denn noch ist sie ja da. Mir geht's gut, besser als gestern und ich denke mal, schauen wir, was heute auf uns zukommt, wie, ich bin, schauen wir, was, was passiert. Und hier hast du geschlafen, Wendy? Es geht, so halb, halb. Wie ich ins Zimmer gegangen bin, war ich halt noch ziemlich aufgebracht und habe geschaut, dass ich dann runterkomme langsam, habe ein bisschen aufgeräumt und dann bin ich schlafen gegangen. Und wie, wie, was machst du dann? Kommst du dann mit uns mit, oder? Ich weiß das alles selber nicht, weil noch nichts Bestimmtes ausgemacht ist. Und wenn der Richard einmal sagt, so ist es, dann kann man eigentlich einen Kopfstand machen. Ja, weil, wenn man sagt, sie ist und sie sagt, ich bleibe bis 15, sie nimmt gar nichts zur Kenntnis. Man könnte auch sagen, sie bleibt einmal einen Tag daheim, aber sie glaubt einfach, sie macht, was sie will. Und ich bin dein Vorschlag, und das habe ich gesagt, sie ist stur. Ich hätte ja einen Kompromissvorschlag gemacht, aber wenn sie weiter stur ist, dann bin ich auch stur. Welchen Kompromissvorschlag heute? Ich glaube, stur ist auch. Damit ist das letzte Wort in dieser Sache nun endgültig gesprochen und Mörtel zu keinen weiteren Äußerungen bereit. Oder vielleicht doch noch? Also, Wendy, dass wir es klar sagen, du bist stur wie ein Bock, deswegen bitte in einer Stunde oder in einer halben Stunde reißt du ab. Dass wir uns einig sind. Ich kann Ihnen nur nochmal versichern, dass ich nichts der gleichen gemacht habe. Wir reden nichts mehr, es ist jetzt gesprochen worden, wir haben gestern eine Stunde diskutiert, du bist stur und Sture brauchen wir nicht. Jede Hoffnung, die Kurve doch noch zu kratzen, ist dahin. Und Wendy macht sich aus dem Staub. Nein, es ist zwecklos und mich ärgert es natürlich. Aber es soll nichts Schlimmeres passieren. Ich fliege halt nach Hause und ich freue mich auf die beruflichen Projekte, die in der nächsten Zeit kommen. Es ist entschieden. Wendy packt ihre Sachen und verlässt traurig die Finca. So. Also, Servus, Wiederschau. Auf Wiedersehen, Herr Lugner. Tschau. Mörtel wird die Strepperin nicht besonders vermissen, obwohl sich Wendy mit den anderen ganz gut verstanden hat. Trotzdem fällt die Verabschiedung überraschend kühl aus. Wendy, tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Sona, ciao. Nina, ciao. Papa, tschüss. Nach einer intensiven Streitphase trennen sich die Wege in der Gruppe. Wendy verlässt schweren Herzens die Finca und sogar wenig später die Insel, während die restliche Gruppe zu ihrem nächsten Ziel aufbricht. Lugner zögert nicht, die heimische Presse über das Vorgefallene zu informieren. Sie hat bereits das Haus verlassen und wir wollen jetzt auch unser Programm machen. Für die Gruppe geht das Sightseeing im Landesinneren weiter. Besucht wird heute eine mallorquinische Mandelfarm. Guten Morgen. Eine Tradition auf der Insel besagt, dass man Mandelfarmen auf einem Pferd erreichen solle, denn das brächte Glück. Naja, wer's glaubt. Jedenfalls steht für Mörtel tatsächlich ein Pferd bereit. Schau, der dreht sich schon um. Der bricht schon aus. Bernard is the owner of Duende. Duende? Duende is his name. Duende? Duende? Duende. Da haben wir schon wieder die Wendy da. Ja, mit D. Wendy. Wendy ist schon wieder nackt. Pass auf, sie haut vielleicht auf dich aus, Richard. Trotz eines gesunden Respekts vor Pferden kümmert sich Mörtel rührend um das Pferd Wendy und wischt ihr die Tränen aus den Augen. Das Taschentuch allerdings landet im Gebüsch. Weniger rührend. Das Taschentuch recycelt sich. Das wird eh irgendwann kein Abfall sein, sondern das löst sich auf. Aber gut, hab ich's halt jetzt im Sack. Hab die Tränen von der Wendy im Sack. Wohl keiner der Lugner Urlauber hat damit gerechnet, dass Richard so kurz nach dem Rauswurf von Wendy weiterhin auf ihr herumreitet und dabei auch noch eine gute Figur macht. Very good. Wow. Sehr leiband, ja. Geht's? Und jetzt muss ich auf der Wendy reiten. Was soll denn das? Mit B. Bendy heißt das. Das ist die Wendy. Tschüss. Das ist die Wendy gewesen. Es ist manchmal so, dass die nicht mehr Anwesenden dann in irgendeiner anderen Form erscheinen. Und bei ihr war's halt das Pferd. Und das Pferd ist gekommen und hat sich, weil die will nicht weg. Ich hab gewusst, dass sie nicht weg will und die ist nicht weg. Jetzt ist sie halt das Pferd. Ich bin neugierig, welche Gestalt sie als nächstes auftaucht. Angekommen auf der Mandelfarm stellt sich nun die Frage, wie man von Wendy wieder absteigt. Und wenn Lugner zuvor Reiteleganz bewies, so bleibt der Abstieg leider etwas mangelhaft in den Haltungsnoten. Wunderbar. Ich bin kein guter Reiter. Perfekt gemacht. Ich bin falsch ausgestiegen. Und ich hab ihn runtergehoben wie ein Mehlsack, weil ich, ich hätt schon in den linken Steigbügel bleiben und darüber steigen. Aber sonst kann man den anderen Fuß nicht heben, wenn man nicht im Steigbügel bleibt. Hab ich falsch gemacht. So hab ich mich halt wie ein Mehlsack heruntergeladen vom Pferd. Apropos Sack. Mörtl und die Damen staunen nicht schlecht, als Wendy nach ein paar dankenden Streicheleinheiten überraschenderweise Lugner die Stange hinhält. Sonja, schau, was da rausgefahren ist. Ja, ist die... Jetzt hat er dich gesehen, schau her, was er jetzt hat. Lauter streichelt. Ja, ich hab ihm am Kopf gestreichelt. Ja, er. Und wie sie gesagt haben... Er sieht eine Melone an und schaut an das, was er macht. Ich glaub, das ist halt Schwuler. Das ist ein Hengs. Na, servus. Apropos Stange. Wie in einem Moses-Film darf Lugner samt Gefolge nun Zeuge der spannenden Mandelernte werden. Und sogar mithelfen. Mandelernten ist quasi Aggressionsabbau auf Spanisch. Na ja, richtig schlagen. So wird jeder Baum geerntet. Ja. Wahnsinn. Die ersten Nüsschen fallen und werden sofort zum Verkosten angeboten. Erste Mandel und die ist schimmelig. Kann sie leider nicht verkosten. Erste Mandel vom Baum frisch gepflückt. Dem Mandelbauern ist der Qualitätsmangel peinlich. Und er greift sofort zu einer Ersatzqualitätsmandel. Ja, gut, bitte. Wenn ich dann schimmel esse. Die schaut gut aus. Die schaut schon besser aus. Wir kriegen nachher weg. Also, tschüss, fiat tschüss. Nein, aber der Baum ist ja so, wir sehen sie gar nicht. Und? Schmeckt's? Mh, köstlich. Dass Lugner mithelfen darf, heißt nicht, dass er es auch tut. Er will lieber selber auf den Geschmack kommen und versucht, eine Mandel zu öffnen. Doch das stellt sich als schwierig heraus. Mörtel versucht wohl, die härteste Nuss der Insel zu knacken. Das war jetzt sehr sann. Schließlich muss schon die ganze Gruppe mithelfen, Mörtel die Nuss zu öffnen. Ich glaube, Zimmer, die ist kaputt, aber er hat die noch einmal eine Schale. Ja, die ist schön, die kannst du ham. Ham, ham, hast du gesagt. Ham, ham, ham. Mandeloperation erfolgreich. Neben dem Mandelhain befindet sich auf dieser Farm ein Paprika-Feld. Und hatte der Bauer in den letzten Jahren Ernteglück ohne Naturkatastrophen und Plagen, so hat er nicht mit der Plünderung durch die Lugners gerechnet. Wie viel wärmend bauern Sie so ein Stück? Sind die alte Hamsterer? Mein Lieb, du bist lieb. Ich tue immer Hamsteren. Man weiß ja nie, ob Not kommt. Nach den Mandeln und dem Paprika müssen jetzt auch noch die Hühner dran glauben. Denn auch Eier können die Lugners sehr gut gebrauchen. Mit einer von Uli angeführten Mädchentruppe wird nun der Hühnerstall überfallen. Toll, was es hier alles gibt. Magst du vorausgehen? Ja, ich gehe so voraus. Ja, beziehungsweise geplant. Na, irgendwas ist da. Nach rechts, nach rechts. Ach, da unten ist ein bisschen Eier. Wo? Dann war ihn schon süß. Aber wir fielen uns da nichts, wenn wir uns die Eier einfach rausnehmen. Und wir setzen uns so hin, mit der Hand, holen wir die Eier. Warte mal, ich gehe so zurück. Schau mal, wie ist denn das süß? Das ist ja schon aus wie Plastik. Das sind keine echte Eier? Ja? Klar. Ja, die Eierdiebe werden gebissen, oder? Doch Ullis Hund bleibt nicht der einzige, der den beiden Eierdiebinnen ein Gekreische entlockt. Na ja, die sind halt... Das war nur eine Katze. Eine schwarze Katze. Eierbläser. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Mit den Hühnen wird gar keine Rekönne, oder? Keine Eier mehr. Ja gut, dann hätten wir wahrscheinlich alle für heute. Ich hab nix mehr gesehen, aber ich glaube, das reicht. Da da drinnen vielleicht? Warte. Ja, es könnte sein, dass sie sich da in dem Feuengruf verstecken. Schau mal. Ja. 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 Das kann gefährlicher, weil bei denen die aufliegt. Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben jetzt alle Ajoz-Kinder kommen, jetzt haben die Hühner genug aufgescheucht. Bei den zwei war ich mir ja sicher, die waren ja nie in einem Hühnerstall, noch dass sie irgendwie mal einen Huhn in Natur wahrscheinlich richtig gesehen haben zu leben. von das war das natürlich dann schon mal ein schönes Erlebnis. Meine Großmutter hat Hühner gehabt. Und an das kann ich mich erinnern, die hat immer den Kopf abgehackt von den Hühnern und die sind ohne den Kopf herumgelaufen. Das weiß ich noch. Zurück zu den Mandeln. Die werden jetzt verarbeitet und zu einer Süßspeise faschiert. Und nach den vielen Gaumenfreuden will sich diese Mörtel natürlich auch nicht entgehen lassen. Der Bauer freut sich, dass seine gezuckerten Mandeln so gut ankommen. Wenn die würde ich nicht aus der Hand essen. Ohne zu zögern hat er mir gleich aus der Hand gegessen. Und sind die Hände jetzt bisschen pickig? Na ja. Ja. Ja.